Die deutsche Übersetzung des Vortrages Tor Onion Services nützlicher als ihr denkt auf dem 32. Chaos Communication Kongress. Wir freuen uns über Feedback über die Übersetzung auf Twitter an C3Lingo oder den Hashtag C3T. Wir haben den Entwickler für Tor Hidden Services und Roger. Der Foreign Policy Magazin sagt, er ist einer der Top 100 globale Denker. Ich denke, das spricht von sich für sich. Heute werden wir Beispiele von Hidden Services hören für richtig coole Fälle und Security Fixes, dass die Hidden Services noch sicherer machen. Sagt Hyde für Tor Hidden Services nützlicher als ihr denkt. Hallo. Ich werde eine Pause, während wir unsere Slide vorbereiten. Ich denke, es wird einfach. Okay, perfekt. Also, hallo, ich bin Roger, George und David. Wir werden euch darüber erzählen, über die Tor Hidden Services, die Tor Onion Services. Die sind synonymen. Ursprünglich Tor Hidden Services, weil die ursprüngliche Idee war, du versteckst den Ort der Service. Und dann viele Leute haben die benutzt für andere Features, andere Sicherheitsmerkmale. Und wir sind einfach zum Namen Tor Onion Dienste gewechselt. Also, Spoiler, bevor wir anfangen. Es ist nicht ein Talk über Dark Web. Es gibt kein Dark Web. Es sind einfach ein paar Webseiten, die da draußen sind, die sind geschützt von anderen Sicherheitsmerkmalen. Und wir werden darüber sprechen. Ihr könnt darüber reden, als HTTPS, wie eine Art Verschlüsselung und Sicherheit zu bekommen, wenn man auf eine Webseite geht. Und Punkt Onion ist eine andere Möglichkeit, um Verschlüsselung und Sicherheit zu bekommen, wenn man auf eine Webseite geht. Journalisten schreiben gerne Artikel über die Rieseneisberg mit 95 Prozent auf dem Web. Es ist ein Dark Web. Und das ist Bullshit. Wir werden versuchen, euch darüber zu erzählen. Mehr darüber. Wir erzählen, was es wirklich ist. Hidden Services, Onion Services. Wer benutzt sie? Und was die damit machen können? Also, wie viele Leute von euch kennen sich schon einigermaßen aus, wie mit Tor und Onion Services. Ja, genial. Also, wir können das einfach übergehen. Tor ist ein US-Nicht-Profit-Open-Source-Netzwerk von ungefähr 8000 Relais. Eine Sache ist die Community von Forschern und Benutzer und Aktivisten und Befürworter in der ganzen Welt. Jedes Mal, wo ich in eine neue Stadt gehe, gibt es eine Forschungsgruppe in einer Universität. Die wollen, dass ich denen erzähle. Über diese offenen Forschungsfragen, wie können es helfen, Tor zu verbessern. Also, die Idee ist, du hast eine Software, es nimmt eine Liste von 8000 Relais und das macht einen Pfad durch drei, sodass nicht ein einzelner Knoten weiß, wo du hingehst und woher du kommst. Und wir haben hier oben, es gibt einen Punkt, Onion-Adresse, URL. Also, im Grunde die Hidden Services, die sind in deinem Browser, in dem Tor-Browser und man geht zu einem alternativen Typ von TLD, die endet mit Onion und dann endest du auf dieser Webseite. Das ist ein Beispiel, die RiseUp.net-Website, die wir erreichen durch die Onion-Adresse dafür, anstatt die Punktnet-Adresse. Okay, ich habe über die Modulen quasi darüber gesprochen. Wenn man diese Blocks hat, dann kannst du die zusammenkleben, sodass du hast Alice hier, der verbindet sich durch das Netzwerk und du hast Bob in das Tor-Netzwerk und die treffen sich in der Mitte. Also Alice bekommt ihre Anonymität durch Tor, Bob bekommt seine Anonymität und seine drei Hubs durch Tor und die treffen sich in der Mitte. Alice weiß nicht, wo Bob ist, Bob weiß nicht, wo Alice ist und der Punkt in der Mitte weiß auch nicht von den beiden. Und jedoch können sie sich beide erreichen und fantastische Sicherheitsfeatures genießen. Also manche von diesen Sicherheitsfeatures, eine richtig coole ist diese Punkt-Onion-Name, mit diesem Basis 32 Zeichen. Das ist der Hush, der Public Key, das diese Onion-Service bezeichnet. Die authentisieren sich selbst. Wenn ich die richtige Onion-Adresse habe, kann ich sicher sein, dass ich zu dieser Webseite oder diesem Dienst verbinde, die damit assoziiert ist. Also brauche ich keine Zertifikate. Ich brauche nicht Turkish Telekom zu vertrauen, der mich anlügt. Es ist einfach Selbst-Authentisieren. Ich brauche keine externe Ressource, um mich selbst zu überzeugen, dass ich zum richtigen Ort gehe. Und dazu kommt auch, dass die End-to-End verschlüsselt sind. Also es gibt niemanden zwischen meinem Tor-Client und dem Tor-Client auf dem Service, der man in der Mitte interzeptieren kann. Ein anderer Feature ist der Net-Punching-Feature. Wenn du einen Onion-Dienst anbietest, gibt es keinen Grund, es gibt keinen Grund, einkommende Verbindungen zu erlauben. Also ich kann einen Onion-Service hinter einem Firmen-Firewall anbieten. Es gibt viele Leute von der System Administration Seite, die sagen, ich werde einen Onion-Adress für meinen Heim-SSH-Server anbieten. Und die einzige Möglichkeit, dass ich in meine eigene Homebox verbinde, ist durch die Tor-Netzwerke. Ich bekomme Verschlüsselung, Selbstauthentisierung. Es gibt keine andere Möglichkeit, dahin zu gehen. Ich feiere alle einkommenden Verbindungen. So die einzige Schnittstelle, die ich zur Welt anbiete, ist, falls du meine Onion-Adress benutzt, erreichst du meinen SSS-Port. Ich erlaube kein anderes Paket. Und es ist ein cooles Beispiel, wie diese Sicherheitsleute benutzen Onion-Dienste. Ja, wir haben auch einige Statistiken für euch, um euch mal zu zeigen, wie reif das System mittlerweile ist. Wir haben diese Statistiken bekommen, indem wir die Relays gefragt haben, uns Informationen über die Aktivitäten auf den Hidden Services zu schicken. und von da aus extrapolieren wir von einer kleinen Teilmenge extrapolieren wir diese Statistiken. Und daher haben wir hier so jede Menge kleine Zacken in dieser Linie. Aber ihr kriegt so eine allgemeine Idee davon, wie viele das ungefähr sind. Ihr könnt sehen, dass es ungefähr 30.000 Hidden Services hier gibt, mehr oder weniger. Und das ist eigentlich eine recht kleine Zahl, wenn man es mit dem gesamten Internet vergleicht. Es ist also sozusagen noch in einer Phase der frühen Akzeptanz. Und wir haben hier noch einen weiteren Graph. Das ist der Traffic, den die Hidden Services generieren. Oben könnt ihr sehen, die Summe des Datenverkehrs. Es dürften ungefähr 60.000 Megabits sein. Und die untere Linie ist der Traffic, der spezifisch für diese Hidden Services ist, ungefähr 1.000 Megabits. Also nur ein kleiner Bruchteil. Die Hidden Services sind also nur immer noch ein kleiner Teil des Tor-Netzwerks. Und wenn ihr diese Zahlen nicht so gut verstehen könnt, dann haben wir hier noch ein paar Berechnungen gemacht. Und im Grunde ist 5% des Datenverkehrs von Clients geht innerhalb dieser Hidden Services hinein. Und wir haben das vor ungefähr einem Jahr gemacht und haben dann sehr viel Zeit damit verbracht, überhaupt erst mal herauszufinden, wie man diese Statistiken am besten sammelt und wie man dann von den Rohdaten zu diesen Graphen kommt. Und natürlich auch die Statistiken so zu anonymisieren, dass wir keine Informationen über irgendwelche Clients versehentlich herausgeben. Und wir haben darüber geschrieben, ihr könnt das unter dieser Adresse hier runterladen, wenn ihr genauer wissen wollt, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben auch ein Proposal geschrieben. Also wenn ihr unter Google nach Proposal 238 sucht, findet ihr darüber weitere Informationen. Okay, nun, wie hat das alles angefangen? Wir werden durch ein paar Jahre des Anfanges gehen. In 2014 habe ich die originelle Hidden Service Code geschrieben. Ich habe es als ein Spielzeug geschrieben, ein Beispiel. Wir hatten Tor, diese Sache, und wir benutzen als eine Basis, hey, guck mal, was wir machen können. Wir können zwei Tor-Services zusammen verbinden. Wir können so einen Service führen. Niemand hat es benutzt, ein paar Jahre lang. Es gab ein versteckter Wiki. Wenn du einen Onion Service hast, dann kannst du dich im Wiki anmelden. Es gab ein paar Beispiele von Hidden Services, aber für die ersten Jahre wurde es nicht benutzt, wurde es nicht interessant. Der erste interessante Use Case, das war die Suprexa-Dokumente. 2005, 2006 gab es eine riesige Pharmafirma, die eine antipsychotische Droge, Suprexa, eine Medizin, und das hat Leute mit Diabetes, und das hatte schlimme Nebeneffekte, tödliche Nebeneffekte. Und jemand hat, ein Whistleblower, hat sehr viele Dokumente im Internet geleakt, die zeigten, dass diese Firma wusste über die Nebeneffekte. Und natürlich, diese Firma hat versucht, diese Dokumente verschwinden zu lassen, und plötzlich hat jemand einen Tor-Hidden-Service mit allen Dokumenten gesetzt, und niemand wusste, wie man das löschen kann. Viele Leute könnten lesen, die Korruption, die Probleme mit dieser Pharmafirma. Eine Hand war es richtig cool, hey, hier wir sind, wir, wir, kein Sensor, keine Sensor, wir kriegen Informationen durch Tor über eine böse Pharmafirma, die Leute wehtut. Und andererseits, es hat uns einfach so in eine Richtung gebracht, dass Leute einfach auf Hidden Services gesehen haben als, ja, wie kann ich ein Dokument finden, die böse Firmen sauer macht. Also, welches ist das nächste Ziel? Das erste Beispiel von Hidden Services hat uns in die Richtung gebracht, sodass viele Leute dachten, darum geht es bei Hidden Services. Also, das führt zum Jahr danach. Wikileaks hat ein Hidden Service, ein Verein gerichtet für ihre Submission Engine, und die wollten nicht den Ort der Server verstecken. Der Server war in Schweden, alle wussten das, aber sie wollten eine extra Sicherheit geben zu den Benutzern, die versucht haben, diese Server zu erreichen. Eine interessante Eigenschaft ist, wenn man zu dem .onion-Seite geht von den normalen Browser, es funktioniert einfach nicht. Und es ist eine Sicherheitsfeature für sie, weil die wollten sicherstellen, dass wenn man ein Leaker ist und du nicht konfiguriert, wie es gehen soll, dass es nicht funktioniert. Die wollten einfach die Möglichkeit wegnehmen, dass man denkt, man benutzt Tor richtig und dass man safe ist. Aber wenn man das nicht richtig macht, funktioniert es einfach nicht. Und die wollten es einfach als andere Sicherheitslayer für die Benutzer, um sie zu benutzen für ihre eigenen Fehler. Und ein paar Jahre später, andere Organisationen in Italien, Global Leaks, und die haben einfach einen Mechanismus aufgesetzt, sodass, wenn man etwas mit der Welt teilen will, dann kann man sich zu einem Journalisten verbinden durch diese Global Leaks-Plattform. Und die haben sogar Regierungen kontaktiert, um Global Leaks-Plattformen aufzusetzen. Die sind zu Italien-Philippinischen Regierungen gegangen und die haben gesagt, okay, das ist eine Möglichkeit für euch, über Korruption in eurem Land zu erfahren. Also, geht zu einer Regierung und sagt, hier, ich habe gehört, es gibt Korruption und es könnte entdeckt werden. Nicht jeder wird darüber glücklich sein. Aber ein Feature ist, du kannst sehr einfach sagen, Kannst du mir helfen, ein Whistleblower-Netzwerk aufzusetzen für das Land daneben? Ja, wir werden denen eine Antikorruptionsseite aufsetzen. Also, das ist richtig cool. Die Globalisten spielen das politische Spiel, zeigen, dass diese Sachen öffentlich zu machen, ist wert. Und hier ist eine süße Katze. Wir brauchen natürlich eine. Wild Leaks ist ein sehr gutes Beispiel von einer positiven. Im Grunde, wenn du jemanden siehst, der tötet Anashörner oder Elefanten in Afrika, dann uploadet auf Wild Leaks. Und es geht um Aussterben von Tieren. Es ist schwierig, darüber zu argumentieren. Also, es ist schwer, dagegen zu sein. Und gehen wir als nächstes zu SecureDrop. Eine Gruppe in den USA, die arbeiten, und ein anderes Beispiel, um zu verbinden, Leute, die interessante Informationen haben, und Journalisten. Und die haben mit den New Yorker und anderen High-Profile-Zeitungen, damit sie einfach ein Mittel geben, damit die Leute diese Journalisten in einem sicheren Weg kontaktieren können. Und es wurde benutzt in High-Profile-Events. Das ist wirklich toll. So sollte es funktionieren. Ja, hallo. Also, wenn wir mal auf der Zeitreise ein bisschen weitergehen. 2014 ist dann diese sehr coole Sache passiert. FX-Twin hat ein Album auf einer Online-Adresse veröffentlicht. Und es gab ungefähr 4.000 Retweets. Das heißt, es war das erste Mal, dass hier jemand überhaupt diese Methode benutzt hat, seine Alben zu veröffentlichen. Und ja, unter eben einer Online-Adresse. Und danach gab es Blockchain. Das war ebenfalls 2000, also vor ungefähr zwei Jahren. Die haben herausgefunden, dass, wenn man Tor benutzt, aus Sicherheitsgründen, dann gibt es einige Exit-Notes, die die Bitcoin-Adressen in dem Datenstrom verändern. Das heißt also, wenn man auf Blockchain.info geht und kommt aus dem Tor-Netzwerk, dann sagt Blockchain einem, dass man doch bitte schön die Onion-Adresse benutzen soll, um das Ganze sicherer zu machen. Und heute ist es immer noch so, dass wir wissen, dass manche Exit-Notes bösartig sind und bestimmte Sachen im Datenstrom, wie zum Beispiel Bitcoin-Adressen, verändern. Aber wir beim Tor-Projekt beobachten das aktiv und beobachten die Exit-Notes, um festzustellen, ob sie solche verrückten Sachen machen. Und da könnten wir ein bisschen mehr Hilfe von der Community gebrauchen. Hilfe dabei, diese Exit-Notes zu finden und dann eben auch zu blockieren und Hidden Services zu benutzen. Und Facebook? Und Facebook? So, the first thing many of you might be thinking is, wait a minute, I don't understand, Facebook is a website on the internet, why do they need a hidden service, why do they need an Onion-Adress? So, the first answer is, they worry about users in interesting countries. Say you've got a Facebook user in Turkey or Tunisia or something like that, and they try to go to Facebook, and the local DNS server lies to them and sends them somewhere else. Or Turkish Telecom, which is a certificate authority that everybody trusts, ends up pretending to be Facebook. You man in the middle of them? Now, there are certificate pinning and other challenges like that, and maybe those are good starts, but wouldn't it be cool just to skip the whole certificate authority infrastructure and say, here's an address, where if you go to this in your Tor-Browser, you don't have to worry about BGP-Hijacking, you don't have to worry about Certificate-Authorities, you don't have to worry about DNS. It's all inside the Tor-Network and it takes care of the security properties, I talked about before. So that's a really cool way that they can switch. I was talking to one of the Facebook people earlier, he doesn't want me to tell the number of users who are using Facebook over Tor, many hundreds of thousands. of thousands of people, many users, It would not be nice, if we have these many users from Facebook.com over Tor just to Facebook-Onion-Adresses to switch and just to the last of the exit nodes to reduce, so that it is scalable, easier and easier. So, I was talking about this at the very beginning. I was talking about this at the very beginning. I was talking about this at the very beginning. I was thinking, Facebook has a Union-Adresse, but they have a new echte Adresse. Why do we need the other? And then I was thinking, you remember 10 years ago, people had websites and the Admins of the website said, I don't need HTTPS for my website, because my users, blah, blah, bullshit, bullshit, their users, they don't need any security, they don't need any and they don't need any and now, 10 years later, they think, I don't need HTTPS for my website. We think, they are egoistic, they don't need their users. I think, the Onion Service is exactly the same process. There are many people who say, I already have HTTPS, I don't need a Onion-Adresse for my website, because my users, and then they have I think, I think, I think, I think, would be my decision to decide, which security I want. The other challenge is, I spoke with researchers, they said, I found a copy of Facebook in the dark web, and I thought, wait a minute, you don't have a copy of Facebook in the dark web, I thought, I've found a mechanism, I think, I'm sure to go on to the website, that Facebook is a Onion Service, it's not a random dark web, it's about Verbindung, Verschlüsselung, it's about a way, your goal, your goal is to reach Andere coole Sache. Facebook hat nicht nur eine Union-Adresse bekommen. Die haben ein HTTPS-Zertifikat für ihre Union-Adresse bekommen. Die haben ein E-W-Cert. Diese Ding, die dir ein grünes kleines Zeichen zeigt, Digi-Cert, hat denen ein SSL-Zertifikat gegeben für die Union-Adresse. Also man kann beides haben. Es ist genial. Es ist ein neuer Schritt und darüber hätten wir noch nicht mal gedacht. Also was gibt es zu denen? Eine Sache ist, auf der Browser, wenn man zu einer HTTPS-URL, der Browser weiß, wie er die Cookies behandelt, wie er bestimmte Sachen nicht liegt. Es gibt Sicherheit, eine Datenschutzverbesserung, die vom Browser ausgehen, wenn man dahin geht. Wir wollen nicht die Browser erziehen. Falls HTTPS-URL, Onion, dann sei sicher. Auf der anderen Seite, auf der Server-Seite, Facebook müsste nichts ändern. Es ist einfach eine andere Möglichkeit, der Facebook-Server zu erreichen. Und eine andere coole Sache. Es stellt sich heraus, die einzige Möglichkeit, ein Wildcard-E-W-Certifikat zu bekommen, ist für ein Onion-Domain. Es ist eigentlich geschrieben, in dieser Zertifikat-Autorität-Welt, dass es eine große Ausnahme für Onion-Adresse gibt. Du kriegst keine Wildcard-E-W-Certifikat, es sei denn, es ist für eine Onion-Adresse. Das ist eine geniale Unterstützung von Onion-Services, von den Zertifikat-Autoritätsleuten. Aber lass uns noch ein bisschen weitergehen. Wäre es nicht cool, wenn wir das Let's Encrypt-Projekt nehmen und die bundeln ein Tor-Client mit jedem Web-Server, der dieses Let's Encrypt-System anbietet? Also jedes Mal, wo du für Let's Encrypt unterschreibst, dann klickst du auf den Button, der sagt, und ich will eine Onion-Adresse für meine Webseite. Und automatisch im selben Zertifikat kriegst du eins für Reisab.net und als Alternativname bla 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 .onion. Es ist in dem selben Zertifikat. Also du kannst direkt zu deiner Webseite gehen oder du kannst über die Onion-Adresse gehen und auf beiden Wegen kriegst du das SSL-Zertifikat, das alles sicher hält. Wäre es nicht cool, wenn jedes Mal, wo jemand für Let's Encrypt unterschreibt, kriegt er eine Onion-Adresse gratis für ihre Webseite, sodass jeder sich entscheiden kann, wie sie diese Webseite erreichen können? Nun, es gibt ein paar Probleme damit. Der größte ist, wir wollen einen Weg zu verbinden, der Reisab.net-Adresse zu der Onion-Adresse, sodass, wenn ich zu Reisab.net gehe, dann weiß ich, ich gehe zu der richtigen Onion-Adresse. Also wir müssen irgendwie eine Möglichkeit durch Signaturen oder so zu verbinden. Es muss gemacht werden, aber irgendjemand muss sich damit beschäftigen. Andere Problem, jetzt die Zertifikatautoritäten, Leute sagen, du kannst nicht eine Onion-Adresse kriegen für einen normalen Zertifikat. Du kannst nur für ein EWZ bekommen, ein Zertifikat. Alec hier versucht, denen zu überzeugen, dass es nicht wirklich sinnvoll ist. Also hoffentlich mit eurer Hilfe werden sie merken, dass Onion-Adresse sind wie jede andere Adresse in der Welt. Und das führt uns zu einer anderen coolen Feature für dieses Jahr. Wir haben IETF. Das IETF hat für uns in einem echtes RFC spezifiziert, dass die Punkt Onion-Domain ist ein Spezialfall und die werden es nicht für etwas anderes ausgeben. Also der erste Effekt hier ist, wir haben Bestätigung von Onion-Services von IETF und anderen Standardkomiteen. Aber der zweite Effekt, das ist ein Second-Order-Effekt. Jetzt können wir zu den Browsers und DNS-Resolvers und sagen, wenn ihr seht, eine Onion zu lösen, dann schneid, weil du weißt, es geht nicht zum Tor, du weißt, es sollte nicht raus zum Netzwerk gehen. Also wenn du in deinem normalen Internet Explorer bist und du klickst auf eine Onion-Adresse aus Versehen, Internet Explorer weiß, dass es eine Adresse ist, die nicht rausgehen soll. Also wir können Leute sicher halten in normalen Browsers, die sonst würden nicht mal wissen, was damit passiert. Ja, bis jetzt haben wir über Webseiten in Hidden Services gesprochen, aber das ist nicht nur alles, was Hidden Services machen können. Im Grunde kann man alles, was über TCP funktioniert, auch über Hidden Services machen. Und wir werden euch ein paar Beispiele zeigen für Applikationen von Drittherstellern, die für Hidden Services entwickelt wurden und da sehr interessante Sachen machen. Als allererstes Onion Share, das ist eine Applikation zur Dateiübertragung, man lädt das also runter und man füttet eine Datei hinein und zeigt auf einen HTTP-Server, der dann später die Datei hosten soll. Das muss also eine Onion-Adresse sein, man gibt die URL da rein. Und dann können sie diese Adresse, kann man zum Beispiel einem Freund geben und die können einfach diese Adresse in ihren Tor-Browser eingeben und diese Datei runterladen. Das ist eigentlich eine ganz bequeme Geschichte. Organisationen können damit Dateien intern transferieren, ohne Gefahr zu laufen, dass die irgendwie abgefangen werden. Dann gibt es einige Sachen. Hidden Services sind ziemlich gut für Instant Messaging, denn es bedeutet ja im Grunde, dass beide Seiten anonym sind. Und wenn man mit jemandem über einen Hidden Service redet, dann will man eben anonym bleiben. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist Ricochet. Das ist eine Applikation, mit der ihr eins zu eins Kommunikation mit anderen Leuten machen könnt. Es ist dezentralisiert, da es ja über Hidden Services läuft. Und das ist ziemlich nützlich, weil sich zum Beispiel vor ein paar Monaten wurde ein Java-Server runtergefahren für einige Tage und man konnte, dann hatte Probleme. Es sei denn, man benutzte Ricochet, dann war alles noch in Ordnung. Denn Sie können vielleicht einen Server runterfahren, aber Sie können nicht das gesamte Tor-Netzwerk runterfahren. Es hat auch eine sehr schöne Oberfläche. Wenn ihr diese typischen Benutzeroberflächen aus der Open-Source-Welt gewöhnt seid, dann ist das eine nette Abwechslung. Also ihr könnt das runterladen von dem Webserver, den ihr da oben seht. Und dann gibt es noch Pond. Das ist ein bisschen experimentell. Es ist ebenfalls eine Messaging-Applikation. Und im Grunde ist es eine Mischung. Es benutzt einen Server, der das Zustellen der Nachricht verzögern kann. Und das macht es sehr viel schwerer für einen Angreifer festzustellen, wer wann an wen Messages versendet und empfängt. Denn es arbeitet zum Beispiel auch mit Fake-Traffic. Es ist noch ein bisschen experimentell. Aber ihr könnt auch mal auf diese Webseite gehen und könnt euch das mal anschauen und da ein paar mehr Informationen nachholen. Und seit einigen Jahren gibt es auch schon eine ganze Reihe von Services in Tor. Wir haben ein paar tolle Tools gesehen, aber Services wie Jabber, SMTP und IMAP von den Leuten von RiseUp. Es gibt mehr und mehr Jabber-Server, die entstehen also überall, die den Datentraffic durch das Tor-Netzwerk schleusen. Und die haben schon sehr, sehr viele Benutzer. Ich schätze mal, da dürften über 20.000 Benutzer in diesem Netzwerk aktiv sein. Und was da sehr schön ist, ist Debian hat ebenfalls ein Package-Repository erzeugt unter einer Onion-Adresse. Das heißt, ihr könnt jetzt eine Onion-Adresse benutzen, um euer Debian-System up-to-date zu halten. Und es gibt da dieses Package, das nennt sich apt-Tor-Transport. Und wenn man das installiert, dann läuft der Traffic für die App-Pakete automatisch über Tor. Und auch der GPG-Key-Server existiert seit kurzem auch unter einer Onion-Adresse. Das heißt, ihr könnt eure GPG-Keys über diesen Hidden-Service updaten. Ihr müsst euch die Signatur runterladen und braucht dann nicht mehr die globalen Server zu nehmen, die man ja theoretisch benutzen könnte, um festzustellen, mit wem ihr in Verbindung steht. Und das ist also eine sehr tolle Sache. Und es gibt Jabba, es gibt diese Hidden-Services. Ich habe vor ein paar Monaten erfahren, dass da sehr viele Benutzer durch die Onion-Adresse kommen. Und der Punkt ist im Grunde, dass zum Beispiel Dienste wie Facebook und Blockchain und alle die Dienste, die wir gesehen haben. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass aus den Alexa-Top-500-Websites mehr und mehr Firmen Onion-Adressen einrichten. Und zwischen dem Tor-Network, also dem Onion-Namensraum und dem offenen Internet, wenn alle Webseiten auf beiden Seiten wären, dann würde diese Grenze irgendwo verschwinden. Also bitte geht zu eurer Firma, geht zu eurer Organisation und holt euch Onion-Adressen und veröffentlicht die auch. Bevor ich zum nächsten Thema gehe, was George gesagt hat über Ricochet, ist wichtig. Ricochet ist ein alternativer Schattprogramm, wo jeder Benutzer hat die eigene Onion-Adresse. Jeder Benutzer hat sein eigener Onion-Service. Und man spricht von Service zu Service. Man muss nicht wissen, wo die Person ist oder wer die Person ist. Und es gibt kein Mittel. Es gibt einen zentralen Punkt, wo man einfach alle Accounts hat. Wer ist befreundet mit wem und so on. Das ist dezentral. Es gibt nichts in der Mitte, wo man über die Leute spionieren kann. Alles ist dezentralisiert. Jeder ist seine eigene Onion-Adresse. Das ist ein Schlüsselpunkt als alternativer Schatt-Paradigma, wo wir einfach von diesem zentralen Modell weggehen können. Okay. Phase 2. Eine kurze Diversion. Wir haben mit ein paar Forschern gesprochen. Die wollten über Tor forschen, studieren, wie viele Benutzen es gibt, wie viele Leute gehen über Facebook, zu Facebook. Ein paar Forschungsfragen. Manchmal haben sie gefährliche Wege oder nicht geeignete Wege, das zu machen. Also haben wir Guidelines bearbeitet für Leute, die das einfach auf eine sichere Art und Weise machen, dass sie nicht die Leute verletzen. Also erste Sache, versuch deinen eigenen Trafik zu attackieren. Falls du eine Frage hast und du es an dein richtiger Tor-Netzwerk machst, dann musst du deinen eigenen Trafik generieren und das attackieren. Du sollst nicht einen Fahrbenutzer anreichen. Vielleicht ist es jemand in Syrien, der gerade Hilfe braucht. Oder vielleicht jemand in Deutschland, der von Druck Situationen weggehen will. Andere Sache. Sammle nur Daten, die du veröffentlichen willst. Zu viele Forscher sagen uns, ja, ich werde ein paar Dinge runterladen. Ich werde ganz, ganz sicher auf meine Festplatte halten. Aber das fehlt. Leute können es doch entfernen. Es wird verloren. Der ethische Weg, das zu machen, sammle nur Daten, die du wirklich veröffentlicht machen willst und die vor allem zu veröffentlichen sicher sind. Andere Sache. Sammle keine Daten, die du nicht brauchst. Also finde heraus, im Voraus, was ist das Minimum, was du sammeln musst, um deine Forschungsfrage zu beantworten. Zum Beispiel, wie viele Leute verbinden sich zu Facebook? Frage. Dann soll ich nicht einfach jede Verbindung sammeln, wo die Leute sich verbinden, und einfach rechnen, wie viele sind zu Facebook. Es ist einfach, was ich brauchen muss, ist, wie viele Leute zu Facebook verbinden. Also, wenn du kannst, wie viele Leute von verschiedenen Ländern sich verbinden, und es gibt sehr wenige Leute von Mauritanien, dann vielleicht ändere die Daten in Null, sodass du nicht ein paar Leute in Mauritanien in Gefahr bringst. Also, eine Möglichkeit ist, was die Forschungsfrage beschreibt, beschreiben die Vorteile, beschreiben die Risiken, die Risiken, über diese... und muss schauen, ob die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Und falls du etwas Interessantes sammelst, Daten, denk darüber nach. Könnte es jemand anderes irgendwo in der Welt, der andere Daten hat, und wenn du deine Daten mit seinen Daten kombinierst, dann gibt es einfach eine Möglichkeit, jemandem wehzutun, jemandem zu schaden. Also, kannst du dich überlegen, gibt es ein anderes Datenset, der mit deinen Daten kombiniert werden kann, und jemandem wird dadurch geschadet, dann überleg gut. Es gibt eine Möglichkeit, dein eigenes Tor-Netzwerk auf deinem Computer einzurichten und so die Recherche zu machen. Das könnte auch besser sein. Also, schöne Guidelines. Wir wollen die Leute dazu ermutigen, die zu benutzen. Also, das geht nicht darum, wenn man ethische und verantwortliche Forschung machen will, dann wollen wir Leuten helfen, zu erfahren, was die Guidelines sind. Also, ein Fall, ein bisschen, die uns zum Nachdenken bringt. Es gibt Leute, die wollten eine Liste von jeder Onion-Adresse zusammenfügen. Also, man kann Google benutzen, eine Suche auf DotOnion, die geben Adressen, das ist okay, das ist öffentlich, diese Daten sind für jede zur Verfügung. Es gibt eine mehr komplizierte Art. Also, Verisign, du bist Verisign, und du hast Zugriff zu den DNS-Root-Servern, und du spionierst die DNS-Queries vom ganzen Internet, und jeder, der aus Versehen eine DotOnion-DNS-Queries schickt zum Root-Server, zum Root-Server, wird einfach geschrieben. Also, du hast die ganze Zeit-Channel-Adressen, liegt Adressen. Ist es ethisch? Ist es okay? Es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo man stoppen sollte. Wo sollte man die Linie ziehen? Diese Datasette existiert. Nun, noch komplizierter, was ist, wenn du Comcast bist und du spionierst alle Benutzer, um herauszufinden, was deren DNS-Queries sind, um da die akzidentelle Leak herauszufinden. Ich denke, ja, kompliziert, aber gut, es ist auch okay, wir können unsere Protokolle nicht ändern, damit die Leute das nicht... Aber Option 4. Also, es gibt einfach die Möglichkeit, neue Relais im Tor-Netzwerk aufzusetzen und die in eine Position kommen, wie sie über Union-Adressen erfahren. Und dann macht man diese Liste öffentlich. Und das ist nicht cool, weil es ist ein Teil vom Tor-Protokoll, dass Leute die Union-Adressen veröffentlichen dort, nicht erwarten, dass diese Adresse woanders veröffentlicht werden. Und wir werden darüber nachdenken, ist es ein Protokoll-Problem, ist es in Tor und gibt es ein Problem, dass man sich nicht an die Richtlinien hält, also Relais, dann ist es ein Problem. Es ist schwierig für uns zu entscheiden, wo ziehen wir die Linie. Wir möchten gern mehr darüber reden mit euch, wo diese Linie sein soll. Und das führt uns zu einem Beispiel von Forschung, die gemacht wurde letztes Jahr von, wir hoffen, wir denken, Leute von CMU, die haben das Tor-Netzwerk attackiert und die haben Daten gesammelt und die haben viel mehr gesammelt, als sie brauchten, um ihre Forschungsfrage zu beantworten. Die haben Anonymisierung gemacht, die haben nicht nur ihre eigene Trafik detektiert, die haben einfach jede einzelne Guideline von zwei Slides her total ignoriert. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Also Frage jetzt, sollen wir ein Tor-ethische Review-Board haben? Wäre es nicht schön, als Forscher, du schreibst, was du lernen möchtest, warum es sicher und wie du das machen willst und du zeigst zu anderen Professoren, die werden dir helfen, das zu assessen und dann geht man zur Akademik, zu veröffenten, zu... Und ihr schreibt da vorher auf euer Paper noch einen kleinen Abschnitt und da erklärt ihr, warum das ethisch ist. und wenn wir... Jeder, der da ein Paper in diese Section schreibt, dann wüsste jeder sofort, dass sie das nicht ganz durchgedacht haben. Das wäre doch eine coole zukünftige Welt und da würde die ganze Forschung, die das Tor-Netzwerk betrifft, ein bisschen ethischer ablaufen. Okay, es gibt aber ein paar Probleme in der Sicherheit der Tor-Onion-Services. Wir gehen mal ganz kurz drüber. Wir können dann später detailliert drauf eingehen. Das erste ist, die Identitätsschlüssel sind zu kurz. Wir müssen da auf ECC umsteigen. Ein weiteres Problem ist, ihr könnt eigene Relays laufen lassen und könnt den Key selbst wählen, sodass ihr an einer bestimmten Stelle im Netzwerk positioniert wird und könnt dann gezielt andere Adressen ins Visier nehmen. Ein weiteres, da habe ich auch schon mal drüber geredet, ihr könnt Relays laufen lassen, um über andere Adressen Sachen in Erfahrung zu bringen oder überhaupt darüber, dass diese existieren. Das heißt, das sind also Probleme, die spezifisch für diese Onion-Adressen sind. Die können wir wahrscheinlich lösen. Es gibt aber drei größere Probleme. Das erste ist, böse Leute können hunderte von Relays laufen lassen und wir bräuchten einen Weg, dass wir das erkennen können und uns dagegen schützen können. Ein weiterer ist, ihr könnt Relays laufen lassen, um etwas zu erfahren über die Pfade, die die Clients auswählen. Und ihr könnt auch Fingerprinting machen für Websites. Und das sind alles Sachen, über die ich gerne später reden würde. Wir haben wahrscheinlich nicht mehr genug Zeit, darüber ganz detailliert zu werden. Okay, Phase 3. Wie arbeiten die Tor-Hidden-Services jetzt? Ich gebe euch ein bisschen Hintergrundwissen, damit ihr versteht, was wir da an dem Design verbessern wollen. Wir haben also hier Alice, sie möchte einen Hidden-Service-Bob besuchen. Das erste, was passiert ist, Bob generiert einen Key und er baut drei Startpunkte auf im Tor-Netzwerk. Dann veröffentlicht er in Richtung dieser großen Datenbank die Information, dies ist mein Key und das sind meine drei Startpunkte. Und das ist der Punkt, an dem Alice dann über seine Onion-Netz-Adresse erfährt. Sie lädt sich diese Skriptoren runter, sie bekommt dann die Information über den Key und die drei Einstiegspunkte und parallel dazu sucht sie sich einen Punkt aus im Tor-Netzwerk und baut einen Circuit dahin auf. Das heißt, in diesem Moment hat Bob drei Einstiegspunkte und Alice hat einen, der im Tor-Netzwerk offen ist. einen Treffpunkt sozusagen. In diesem Punkt verbindet sich Alex mit einem der Einführungspunkte von Bob und sagt, hey, ich würde mich gern mit dir verbinden und ich bin hier drüben, ich warte auf dich. Das ist meine Einstiegsadresse, wenn du mir antworten möchtest, ich bin genau hier. Und das ist der Punkt, wo Bob, sofern er das möchte, eine Verbindung zu dem Rendezwupunkt aufbaut und jetzt hat Alice und Bob eine Verbindung zu dem gleichen Punkt und das ist dann der Moment, wo der Crypto-Handshake passiert und ab diesem Moment haben sie dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und der letzte Schritt, das ist dann der Schritt, wo sie dann in der Lage sind, über diesen Circuit auch Datenverkehr zu schicken und auf diese Art und Weise kann das Netzwerk eben die Sicherheit sicherstellen. Das ist also eine sehr kurze Zusammenfassung, wie dieser Handshake funktioniert in dem Land der Hidden Services. Und ihr seht hier diese Datenbank ganz oben. Es war mal so, dass es nur drei Computer, von denen ich zwei betrieben habe, gab, unter diesen diese Datenbank lief und wir sind dann später auf ein verteiltes Modell umgestiegen, sodass diese Informationen jetzt über das ganze Tor-Netzwerk verteilt sind, über 8000 Relays. Wenn ihr jetzt den Hash, jedes dieser Relays auf diesem Hashring vorstellt, dann gibt es an jedem gegebenen Zeitpunkt gibt es sechs Relays, die dafür zuständig sind, zu wissen, wo ein bestimmter Onion-Service sich befindet. Das heißt, wenn ich also meinen eigenen Onion-Service einrichte und laufen lasse, dann berechne ich, welche sechs Relays das sind und denen verrate ich dann meinen Deskriptor. Und wenn ich ein Client bin, der da hingehen will, dann kann ich berechnen, welche sechs Relays das sein müssten und ich kann jeden Einzelnen dieser sechs Relays fragen und diesen Deskriptor mir runterladen. Die Art und Weise, wie wir diese vorausschaubare Menge von Relays berechnen, ist diese Hash-Funktion, die ihr da oben seht. Das heißt, man nimmt die Onion-Adresse, man nimmt die aktuelle Datum oder beziehungsweise Zeit also eigentlich recht statische Elemente. Das ist nötig, damit beide Seiten berechnen können, auf welche Adresse sie gehen müssen, wenn sie einen Deskriptor veröffentlichen oder eben auch abholen wollen. Und zurück zu diesem Sicherheitsproblem nochmal. Vor ein paar Jahren, vielleicht so vor zwei oder drei Jahren, haben wir angefangen, uns diese Hidden Services mal genauer anzuschauen und haben auch diese Probleme ein bisschen erforscht, von denen wir berichtet haben, kommen. und zum Beispiel im 2013 haben wir das erste Proposal geschrieben über die Hidden Services der nächsten Generation. Im Grunde sind das einige Wege, wie man die Sicherheit und die Verschlüsselungstechnik verbessern könnte, bla bla bla. Das war vor ungefähr zwei Jahren und bis jetzt haben wir aber immer noch nicht angefangen, in die Entwicklungsphase überzugehen, weil uns eigentlich die Entwickler fehlen für diese Hidden Services. Das heißt, die Hidden Services sind eigentlich ein Projekt, was sich hauptsächlich aus Freiwilligen zusammensetzt und die machen das in ihrer Freizeit. Wir haben aber Proposals geschrieben, wir waren also aktiv zumindest. Und wir werden jetzt mal anfangen, uns diese verschiedenen Sicherheitsprobleme anzuschauen und überlegen uns mal Wege, wie wir die in den Griff kriegen können. Das erste nennen wir HS-Deal Vorausschaubarkeit und im Grunde geht es dabei rum, was Roger eben erwähnt hat, es ist diese Datenbank, die zentral irgendwo existiert und sobald ein Hidden Service hat, also immer sechs Relays, die für ihn verantwortlich sind. Das heißt also, jeden Tag hat jeder Hidden Service sechs Relays, die für ihn zuständig sind. Und über diese komische Hash-Funktion da oben wird eben diese Adresse berechnet und wie ihr sehen könnt, ist das sehr deterministisch. Alle diese Elemente sind statisch, vielleicht außer der Zeit, aber die verändert sich jeden Tag auch auf eine vorhersehbare Art und Weise und weil es eben deterministisch ist, kann man die Online-Adresse, die man gerne will, einfach eingeben und ein zukünftiges Datum und man kann schon voraussehen, was das Resultat in, sagen wir mal, zwei Monaten sein wird. Das heißt, wir wissen jetzt schon, welche Relays für einen Hidden Service zwei Monate vom jetzigen Datum aus gerechnet verantwortlich sein werden und wenn ihr ein böser Mensch seid und dann könnt ihr euch da reinklinken und könnt ein HSDR für diesen Hidden Service werden, indem ihr euch selber diese Adresse gebt und dann könnt ihr Informationen über diesen Hidden Service rausfinden und das missfällt uns natürlich und wir müssen das fixen. Unsere Idee, das zu fixen, ist, wir müssen es so machen, dass es nicht mehr deterministisch ist, sondern probabilistisch. Wir machen das, indem wir einen Zufallswert einführen und hinzufügen. Dieser Zufallswert ist ein neuer Zufallswert, den das Netzwerk jedes Mal generiert, jeden Tag neu generiert. Wie wir das machen, ist, wir haben also diese neuen Directory Authorities im Netzwerk, sind also im Grunde neun Computer, die sind im Sourcecode hart verdrahtet und wir vertrauen denen eigentlich auch ganz gut und wir schreiben, es gibt dann ein Protokoll, was dann mit diesen neuen Directory Services, mit denen wir jeden Tag eine neue Zufallszahl aushandeln würden. Es ist also nichts wirklich Neues, das Protokoll, die Ideen sind halt bekannt, das ist also ein verteiltes Protokoll für die Generierung von Zufallszahlen und das würden wir jeden Tag laufen lassen, stecken das in den Konsensus rein für die Hidden Services, sodass also die Hidden Service User können dann diesen Zufallswert nehmen, können in diese Formel mit einbauen und können auf diese Art und Weise den Hash berechnen. Und weil das eben ein sicheres Protokoll sein soll, dann müssen wir es so einrichten, dass ich nicht voraussehen kann, welchen Wert dieser Zufallswert in zwei Monaten beispielsweise einnehmen wird. Und das ist also der Weg, wie wir dieses Problem reparieren wollen. Also Next Generation Hidden Services. Eine der ersten Sachen ist bessere Verschlüsselung. Wir haben CETA24, SHA-1, die sind nicht mehr so gut und wir werden natürlich benutzen, diese Arbeit von Daniel, wir werden neue Krypto benutzen und natürlich SHA-256. Nur in Tor haben wir eine Experimentation von Shark 3, aber wir sind nicht sicher, welche genau benutzt werden. SHA-256 ist schneller, aber für jetzt Elliptic Curve. Aber die Next Generation Hidden Services, an denen wir aktiv arbeiten im Moment, werden etwa die alte Krypto weglassen. Eine größere Änderung ist die Onion-Adresse. Oben die aktuelle Onion-Adresse. Es wird demnächst 52 Zeichen haben, also im Grunde ein Public Key. Vielleicht für euch Leute, für uns ist es definitiv schmerzhaft, das einzutippen, aber vielleicht habt ihr Ideen, es gibt auch eine Mail-Liste, vielleicht gibt es mehr fancy Möglichkeiten, diese Adresse zu erinnern, an so lange Adresse, wie kann man einfach Wörter erinnern, mnemotechnische Wege. Also, die Hidden Services evoluieren. Eine Sache, die wir machen, wirklich wollen, ist, die schneller zu machen. Der große Unterschied zwischen den Hidden Services im Netzwerk und normalen Tor-Circuit sind die Anzahl von Hubs. Also, sechs Hubs für die Hidden Services. Es geht natürlich länger durchzugehen durch die ganzen Knoten. Wir haben dieses Angebot, es ist ein Rendezvous Single Onion Service. Der Punkt ist, du gehst die Introduction, das Rendezvous und dann, wenn du zum Rendezvous gehst, anstatt dass der Service drei Hubs geht, dann gehst du ein Hop zum Service. Also, wir haben jemanden, der seine Debian-Maschine aktualisieren will und der Debian-Server, es ist egal, Anonymität, wir wissen, wo die Debian-Server sind, ist okay, der Client hat Anonymität mit den drei Hubs und der Server ist es egal, also nur ein Hub und es geht viel schneller. Also, es ist etwas, was wir sehr bald haben wollen. Eine andere Sache ist der Single Onion Service, ungefähr dasselbe. Ein Chef will zum Fairtrade Website gehen und der Unterschied ist, wir einfach diese ganze Handshake weglassen werden. Einfach drei Circuits zum Rendezvous Point. Nennen wir es Node Introduction Point. Es gibt diese gelbe Linie und der Client geht zu diesem Introduction Point und anstatt dass sie diese Handshake gibt, der Client extendiert zum Service und wir haben ein drei Haupt Ding keine Arbeit für Introduction es geht viel schneller. Also diese zwei hier und da sind Optimisationen für Dienste die auf Anonymität nicht so viel Wert legen zum Beispiel Facebook Anonymität vom Server Facebook Debian Facebook und Debian denen gefällt das sehr gut dass sie in Zukunft eine dieser Optionen haben werden denn das heißt dass alle ihre Benutzer ihre Services mit all diesen coolen Sicherheitsvorkehrungen erreichen können aber gleichzeitig sind sie schneller und besser skalierbar als das momentane Design Exakt also eine sehr coole Sache von diesem Sommer war der Tor Summer Privacy Wir haben Leute mit uns Studenten intern ein Projekt der rausgekommen ist cool Person Donneka hat Onion Balance es ist Load Balancing für Hidden Services also es gibt einen Hidden Service mit einer Top Key dann kopiest du diese Key auf mehrere Maschinen also alle diese Server machen ein verteilter Angebot wie sie erreichen können und wir können uns einfach aussuchen die Introduction Points für jede davon und einfach ein Master Descriptor benutzen was der Key benutzt und dann gibt es Load Balancing abhängig von Introduction Point das ist genial wir wissen dass Facebook aktiv diese Beta Testen starten wird wir können Load Balancing CDN viel einfacher für Onion Adressen bekommen so als nächstes Roger aber bevor die nächste Generation Onion Services ist etwas was seit zwei Jahren im Gespräch ist und jetzt werden wir richtig daran arbeiten aktiv 2016 mit Vollzeit Developer Entwickler daran arbeiten wir brauchen noch mehr Hilfe um Unabhängiger zu werden also wir brauchen Ressourcen und nächstes Jahr wollen wir diese Sache wirklich Up and Running Es gibt noch einige wichtige Sachen die ihr mitnehmen solltet von diesem Vortrag heute und eine Sache ist es gibt sehr viele verschiedene Typen von Onion Services viel mehr als die Leute gemeinhin denken jeder denkt an Hidden Services und denkt ja das ist für Webseiten die die Regierung nicht mag oder sowas in der Art aber es gibt Dienste wie zum Beispiel Ricochet es gibt Facebook es gibt Global League es gibt Secure Drop diese verschiedenen Beispiele sind coole Sachen die man machen kann mit besseren Sicherheitseigenschaften es geht also nicht immer nur darum zu verstecken wo sich eine Webseite befindet sondern es geht darum sicherere Wege bereitzustellen diese Services zu erreichen das heißt ein ganz großer Punkt ist das ist eigentlich nur ein winziger Teil des gesamten Tor Netzwerks wir haben Millionen Leute die jeden Tag Tor benutzen und ungefähr 5% des Traffics der sich im Tor Netzwerk bewegt geht auf Hidden Services oder Onion Services das heißt letztes Jahr waren es 3% jetzt 5% das heißt es geht also hoch das ist gut aber es ist immer noch ein sehr kleiner Anteil vielleicht ist es gut wenn ihr jetzt einen Onion Service benutzt dann belastet ihr quasi das Tor Netzwerk doppelt denn beide Seiten müssen ja ihren eigenen Circuit aufbauen aber wenn wir jetzt zu einem Design Switch von denen David geredet hat dann wird das Ganze sehr viel mehr skalierbar und sehr viel effizienter werden und das wird stellen indem sie Tor benutzen und gleichzeitig auch Seiten wie Facebook daran hindern zu sehen wo ihr die Leute sind die sie benutzen wir würden euch gerne noch viel mehr nach dem Talk über diese Geschichten erzählen und das letzte was ich noch möchte dass ihr mit wenn ihr einen coolen Service habt dann bitte setzt eine Onion Adresse auf für diesen Service und stellt das unter dieser Onion Adresse bereit so dass das Bereitstellen eines Onion Services eine normale Sache wird das ist ein Ziel auf das wir arbeiten müssen dass Leute nichts mehr Besonderes finden auf eine Onion Adresse zu gehen und als letzten Punkt wir sind gerade mittendrin in unserer allerersten Spendenkampagne die wir hier gemacht haben und wir würden gerne Leute finden die Tor unterstützen auf dieselbe Art und Weise wie zum Beispiel die EFF das gemacht hat es wäre super ich will natürlich nicht die ganzen Gelder wegwerfen die wir Bitte denkt drüber nach ob ihr da vielleicht helfen möchtet vielen Dank für diesen tollen Talk wir haben noch sechs Minuten übrig für Fragen und Antworten also stellt euch bitte an den Mikrofon 1 2 3 4 5 und 6 auf und während ihr das macht dann schauen wir mal ob wir Fragen aus dem Internet haben Danke Ich habe viele Fragen kompromissierte Onion Adressen eine Frage haben wir ein Problem mit bösen Zwillingen was kann ich machen weil meine Onion Adresse kompromissiert ist wie Amazon wie kann ich wissen welcher die offizielle Service ist ja der erste Teil der Frage wenn dein Onion Key gestohlen wird ist das im Grunde das gleiche wie bei dem SSL Problem also wie kann man sicherstellen dass das Zertifikat für den Webserver sicher ist und die Antwort ist naja man sollte es auf dieselbe Art und Weise sicher halten wie alles andere auch also sobald jemand den Schlüssel für deine Onion Adresse bekommt dann habt ihr ein Problem also lasst diesen Key nicht leaken und woher wisst ihr dass eine bestimmte Onion Adresse wirklich Amazon ist das hängt so ein bisschen zusammen mit der Zertifikats Authority mit HTTPS über das wir heute geredet haben wir müssen einen Weg finden in das Amazon SSL Zertifikat mit rein zu bringen dass das Amazon ist und dass dies die alternative Online Adresse von Amazon ist wenn wir das in das gleiche Zertifikat reinbringen können dann könntet ihr sicher sein dass es wirklich Amazon ist mit denen ihr euch verbindet danke nächste frage bitte kurz fassen ok also 16 zu 52 Zeichen ist schön aber wenn wir den Algorithmus nochmal ändern müssen wäre es nicht ein Präfix zu haben für den Algorithmus der die Adresse festlegt ja wir haben in der Tat noch ein paar extra bits in diesen 52 byte versteckt und wir können das benutzen um die Version zum Beispiel anzugeben und es gibt in diesem Proposal was ich erwähnt habe einige Beispiele wir haben uns noch nicht so 100% entschieden aber es ist auf jeden Fall drin ok nächste Frage ihr habt noch ein paar Beispiele gegeben wie Facebook ich habe mich nur gefragt Tor oder Facebook ist einfach nur scharf darauf ihre Dienste in eine less demokratische Regierung anzubieten Da war wirklich jemand der darüber nachgedacht hat wie man Facebook sicherer machen könnte und wir haben festgestellt dass das eine gute Sache ist und seitdem helfen wir ihm Nächste Frage Mikro 4 ok ihr habt gesagt ihr wollt dass mehr und mehr Leute Hidden Services on Tor anbieten meine Frage ist gibt es Guidelines wie man das machen kann also Beispiel wie man bestimmte Dienste machen kann von dem was ich gesehen habe ich habe es mal probiert selbst und es ist schwierig also je mehr Adresse dadurch dass die Adresse größer werden wird es noch schwieriger eine Sache die ich gerne sehen würde ist zum Beispiel ein DNS Rekord dass das einen speziellen DNS Rekord nur für Onion Adressen so dass Leute können zwischen TLD und Onion aussuchen ja für diese DNS Geschichte wenn wir DNS Sack haben dann Daumen hoch wenn wir das nicht haben ich will nicht diese grauenvolle Sicherheit die DNS normalerweise bietet im Tor Netzwerk haben ich will nicht dass mir ein DNS Server einfach sagt du musst da und da hingehen und das wäre keine gute Idee ok aber wie kann man das aufsetzen es gibt Guidelines wie kann man das sicherer machen es gibt auch jemand am Tor Wiki aber im Allgemeinen es gibt viele Möglichkeiten das schief zu machen es ist nicht wirklich einfach ein Hidden Service aufzusetzen und wir hoffen in Zukunft dass es einen einfacher Weg geben wird einen Hidden Service anzubieten vielleicht mit einem Bundle vielleicht ein Blog ich weiß nicht es ist wirklich eine der Sachen die richtig gebraucht werden ja es wäre wirklich cool eine Server Version von Tails zu haben wo alles eingebaut ist ein Web Server Python und alles schon so vorkonfiguriert dass es sicher ist das wäre etwas womit viele viele Leute dann solche Sites aufsetzen könnten und nicht Angst haben müssen dass sie etwas dabei falsch machen okay nur eine Minute übrig letzte Frage zwei kleine Fragen nur eine bitte okay ihr habt semi trust assumptions für die random nummer generator für die relays habt ihr daran gedacht es ist eine gute Idee ich habe nicht gehört die Bitcoin Blockchain dafür zu nehmen wir haben darüber nachgedacht aber es gibt da ein paar technische Probleme wenn man diese Blockchain benutzt dann muss man jede Menge Sachen verifizieren wir müssten das in die Codebase von Tor mit rein nehmen man hängt dann auch von dem Bitcoin System ab und wir möchten nicht wirklich von den System von Dritten abhängen aber wir denken drüber nach vielen Dank für diese Frage und Antwort ich denke ich denke ihr werdet einfach hierbleiben und für die Leute im Publikum ansprechbar sein der nächste talk